Schluck das in den Altschrott mit euch! Achtung, Achtung, es geht los! Die besten Tropfen, es geht los! Ein neues Abenteuer auf einem unfassbaren schäbigen Kackwaldplaneten voller Kackblechdosen, die wir endlich dosisieren müssen, weil wir wollen die Dosen zu Liberty-Dosen umgestalten. Liberty Spezi, bald im Handel. Mit Archie-Zusatz Leckerchen-Geschmack. Das hat der Archie befohlen. Archie-Suff, jetzt im Handel! Archie-Suff, jetzt extra-Suff, süffig, süffig! Zum-Suff-Film! Ja, nach Leckerchen! Nach Hundetrockenfutter! Wenn der Feind jemals so Diplomatie zu betreiben, erschießt ihn! Wir dürfen ihre Lügen nicht glauben, genau! Hier, hört nicht auf diese Lügen! Äh, wo langt man denn? Was? Ich dachte, das wäre ein Klipp, ich denke, das ist ein Klipp. Rollturlaub! Oh nein. Mal den Wald mal ein bisschen freiräumen hier. Einfach mal ein bisschen den Wald bombardieren, sicher ist sicher. Ich will die Bäume rein, da hinten weg haben. Ja, sehr gut. Spürst du die Explosion? Spürst du den Blues? Es Napal. Okay, los geht's. Da haben wir direkt was. Okay, wir müssen jetzt mal schwenken, also auf Position 1 verrücken. Mein Wegmarker. Ja, da gehen wir gleich hin, wir machen jetzt erstmal das hier. Oha. 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 Ja. Entbottet. Entbottet. Sehr gut, dann jetzt zum nächsten. Oha. 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 Und ich bin zu schnell für euch. machen. Irgendjemand den Fasar auslöschen. Egal, dann müssen wir es so machen. Dann gehen wir... Das ist ein Jammer. Dann machen wir den Jammer zuerst. Der ist hier vorne. Ich gehe den Jammer ausschalten, keine Sorge. Stört hier mit den aktivieren? Was ist das denn jetzt? Achso, das ist eins von den Bonusdingern. Keine Sorge, ich mach das. Ich bin nämlich der Beste in sowas. Macht Platz hier! Blechdosen! Aus dem Weg! Toll. Verstärkung! Vorderen Verstärkung an! Anfrage bestätigt. Verstärkung immer möglich. Verstärkung! Ich gehe ins Terminal! Verwarte! Wie sehr! Ich bin am Terminal! Geh, wird deaktiviert oder was auch immer. Geh, dazu den. Okay. Mal machen das alleine, weil der Beste ist. Diese blöde Hellenbombe! Erbitte Orbitalschlag! Feuer der Orbitalschlag. Herrbitte Luftunterstützung! geht doch ja ich bin wirklich der beste keiner kann so gut stürmen wie ich für mal der stürmige ich glaube wir müssen ein bisschen ausdünnen oh das ist ein panzer ich glaube die bombe trifft wenn ihr mal noch ein quasar redi hat ist der beilie hier beilie im runde quasar wo bist du überhaupt er ist tot ok dann kommt er jetzt eh hin ja wie geht's ja sehr gut ich liebe es so jetzt den flugplatz der ist weg ok ist noch ein panzer vielleicht nicht mehr da ist der beilie der einzige der quasar hat oder hat überhaupt jemanden quasi dabei dabei ok dann das der dildo der dildo doser der echte der echte ja hat man ist sehr gut das ist ein turm der macht leider nicht sehr viel schaden aber ist sehr cool der beilie weg machen ach der beilie ah ja sehr gut neuer quasar schaut auf mich sehr gut jetzt schaut er auf euch jetzt schaut er wieder auf mich ein bisschen in den arsch eilie schmeili oh mein Gesicht sehr gut funktioniert doch so die nächste große basis ja urlaub auf blechdosen blechdosen planet jetzt mit dem extra blech hat was gefunden so nicht so nicht schaut mich an die munition und so oh gott hier haben wir wieder diese schreckliche erinnerungen ne wir sind schon mal über die dämme gerannt ohne deckung und links und rechts war alles voller bots da war ich doch dabei ja siehste ja siehste ja siehste ja siehste ja siehste ja siehste also ja siehste Schluck das in den Altschrott mit euch. Boah, oh ja. Da wird der Ausrüstung für Ziel. Ups. Bums, bums, bums. Immer wieder schön. Ja, immer wieder. Das ist so richtig gut hier. Weiß ich noch. Sie machen auch, das Ding macht auch echt gut Bäume weg. Das ist das geile. Ähm. Ich muss erst mal schauen, wo man die Scheiße ins Leere entspricht. Ich spiel das jetzt? Nee, ich spiel das nicht. Ich geh aber schon mal runter. Ja. Ja, genau. Dann machen wir noch die kleine weg. Der braucht Türen. Also Mörser lohnt sich bei Robotern eigentlich am meisten. Also fast als einziges. Weil du kannst die halt in Deckung, du kannst die mehrmals droppen. Hast dann wahrscheinlich mehrere auf der Karte auch. Ja, die tun auch nicht, wie die Bugs einfach immer auf einen drauf laufen. Kämpft mit Distance. Das ist Frenchy Fire. Ja, nicht so. Ist das, was ist das denn? Abholpunkt hier? Äh, ja. Ach, guck mal da. Das ist meine Statue. Wurde eben errichtet. Mental per Einrad hat das gemacht. Natürlich. Was war das denn jetzt? So eine Mine. Vordere Orbitalschlag an. Orkenslager angefeuert. Vordere ein Radler an. Ladung im Anschluss. No. was machst du nicht sehr gut das war doch heldenhaft um zum nächsten das ist ein halk er ist tot Oh, hier ist ne Hüllenbogen, das ist auch noch ein Schuss. Oh, oh Gott, Halk. Hör! Hier ist noch einer. Oh ja, also da ist noch einer. Hör bitte, Orbitalschlag! Orbitalschlag, after 1. Hör bitte, Geschiss! Hör bitte, vorwärts, vorwärts! Fakazin leer! Bilderbott, Achtung, Mörser schießt, bleib weg von Feinden. Schick ein, Adler rein! Soundhalk! Ja! Oh Gott! Der Sound hat einfach nicht mehr funktioniert gerade. Ist noch ne Fabrik. Kostet ein wenig Dämonatis! Lade neun! Auslöschung. Bum! Matrol hier. Aber ausrätten ne Probe gesammelt! So, die beiden haben wir ausgelöscht. Was hat das denn hier finden noch? Was hat das denn hier ganzen Strategien? So! Oh! So, dann weiter! Positioniere Pin, reverse dich, 200 Meter! für die demokratie das ist ein Riesenpatrouille sehr gut Das überlebe ich. Pass auf, der kommt und er rettet mich der Orbitalschlag. Ich hab's auch gesagt. Ich glaub, Mr. Orbit... Warum hat er dann... Dass er hingestellt ist. Ist das noch meins oder was? Oder ist das gerade reingekommen? Ja, hast du mir... Das sind beides, glaub ich. Der, der nicht redet. Boah... Trümmer, Schepper! Oh, hat man lang nicht mehr. Ja, dann gehen wir den anderen Punkt angreifen. Oh ja, das ist... Mein Bein! Du musst den Hügel einnehmen und den halten. Schnell hinter die Mauern! Oh Gott, nein! Boah, hier ist die Artillerie nicht. Das ist natürlich doof. Boah, hier ist ein zweiter. Kann ein zweiter angreifen. Fünf Sekunden, Adler. Probe gesammelt! Oh! Was ist los? Mann, hier... Was ist... Oh! In Reichweite der feindlichen Hügelen! Ihr Mörser, fress die Füffung ab! Morbitalschlag abgefeuert! Morbitalschlag abgefeuert! Nice! Ah, Explosionen... Ah... Da kommt der Explosionen... Los, X-Reim, los! Müsst du bald ne Schwierigkeitsstufe höher an, denk ich mal. Aber nicht auf dem Planeten. Nicht auf dem Planeten. Seltene Probe gesammelt! Fertig, könnte man ausgehen. Außer man wollte das Camp noch mal. Ja, das Camp muss noch weg jetzt. Ach, das Camp, das ist schon so gut wie weg. Ja! Magazin leer! Au, au. Probe gesammelt! Der hat gar keine Arme mehr. Schau ihn dir an! Mach's doch nicht süß! Was? Der hat noch einen Arm! Der hat nur so getan! So, dann zurück! Schade, dass wir nicht alle bei Wax schon mitfahren können. Ja! Ja! Genau! Noch einmal aufmunitionieren, würd ich sagen. Vorräte an! Weg mit dem Wald! Ja, auf jeden Fall! Ekelhaft! Welcher Wald? Ich seh nur Wald! Alles! Ich höre einen Bot, ich seh ihn aber nicht! Alter! Ich seh einen Bot, aber ich treffe einen Bot nicht! Halt einen Lappen! Nein! Hier kommt Verstärkung! Hier ist ein Bunker! Einfach weiterlaufen! Oh, ich hab auf jeden Fall irgendwas anderes getroffen! Halt sie auf! Flüchtet! Los! Nein! Aber Axol, ich bin noch schwanger! Egal! Halt! Ich werd ihn nach dir benennen! Ich nenne ihn Tiberius! Oh, ach so! Ich kann ja gar nicht schwimmen! Haha! Nein! Die ganzen Proben! Nein! Ich bin so blöd! Oh Mann! Scheiße! Oh Mann! Ich war irgendwie... Keine Ahnung, wo ich jetzt gerade war! Aber ich war nicht hier! Alter, halt meine Proben! Hast du die Proben? Nee, ne? Alter, meine Proben! Ich werde sie retten! Ja! Ja! Noch ein Stück! Nee! Ist nicht! Ist nicht! Ist nicht möglich! Nein! 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 Ich hab auch super viele einfache Proben gehabt! 10 oder so! Oh Mann! Ärgerlich! Jetzt töte diesen einen Bot! Können wir mal wieder die normalen Proben einsammeln? Oh Mann! Ärgerlich! Ach du bist tot! Mordere Verstärkung nach! Wir laufen in die falsche Richtung! Ja! Dass sie da hinten gehen! Ist glücklich! Kommt auf rein! Ich bin einfach der Beste! Ich muss noch deine Sachen einsammeln in Axträumen! Dann kann ich nämlich neue! Meine sind ersoffen! Gar nicht! Falls damit du überhaupt umgehen kannst! Ich gehe immer gerne schwimmen damit! Schicke einen Adler rein! Gern mal probieren das eigentlich bei Tyrion! Jo! Ach du! Einfach weiter laufen! Ja gut! Ich lauf einfach weiter! Alter! Ich lauf einfach weiter! Ich lauf einfach weiter! Einfach weiter laufen! Weiß nicht was du meinst! Da war nichts! Scheiße! Sag nicht! Ich seh nichts! Gar nichts! Du treibst doch richtig! Kopflos durch die Gegend! Au! Ey! Ey! Oh! Oh! Ein bisschen im Wasser rumplanschen! Gibt's doch nicht! Boah! Auf den! Auf den Läufer! Dreckspotter! Potter! Potter! Mann, das mit den Proben regt mich so auf gerade, ey! Dieses Schwimmen! Das zweite Mal, dass ich jetzt viele Proben verloben habe schon! Das zweite Mal! Ja! Beim ersten Mal bin ich in so ein Loch gefallen! Ja! Vordere Evakuierung an! Wird alles toleriert! Evakuierungssattel im Anflug! Ja! Bitte geschehen! Ja! Das ist ja der Beste! Ja! Dann gab's auch noch einen! Ja! Ausrüstungspaket unterwegs! Ja! 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 Ein Rad! Du zu! Boah, ist gestorben! Da gehen die, Team PS2. Ist der Hügel in... Ist der Hügel ohne Wieder... HALT! HALT! Oh scheiße, er kommt hoch. Okay, wir haben ihn. Oh mein Gott! Boah, der Panzer ist weg. Was ist das für ein roter Strahl? Ah, hast du überlebt? Ja. Geil, die beiden Mörser sind schon echt erste Sahne. Ich lasse den Fass um. Nee. Ups, das ist zu nah. Große Bombe. Da kommt er schon. Los, Pelikan 1! Was hab ich mit Pelikan 2? Und wieder mal kehren sie siegrecht zurück. Und diese Proben, die ich verloren habe, die habe ich gar nicht verloren. Die hat Einrad verloren, weil Einrad schuld. Ich war nicht schuld. Ich bin nichts wert, Herr. Unfassbar. Ich konnte nicht nur so viele Proben verlieren. Ja, Einrad. Meine Güte. Guck mal, da haben wir schon wieder eine Mikrowelle übersehen. Das gibt's doch nicht. Was ist die Mikrowelle überhaupt? Guck ab, wer. Ach so. Warum sieht die aus wie eine Mikrowelle? Ich weiß es nicht. Ach so, weil ich's die Bots toaste. Ah, ein Bot Toaster. Aber dann hätt's ein Toaster sein sollen. Oder du fackt. Ja, ja. Sehr schön. Noch schöner mit Held, warum? Wir warten, wir warten. Ah, sehr gut. Willis Neuwerk. Ah, dann wird's noch Weihnachten. So, drück ich. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Der beste natürlich. Wie immer. Sehr gut. Und Spaß gemacht. Ja, Dito. Dann, ähm... Ja, bitte. Ja, bitte. Geht mal. Ja. Gut, ja. Und Spaß gemacht. Ja, bitte. Ja, bitte. Wir tauschen das Blut. Wir tauschen das Blut. Ich hab auch noch ein paar Flecke. Ein Rad! Nein! 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 So. Ja, bitte. 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 Ja.